Okay, was haben wir hier? Ein Spielzeugflugzeug. Okay. So, ich meine hier war das jetzt noch, wo man was anderes holen kann. Ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Ja, den ganzen Weg nach unten wieder, danke. So, die lassen wir mal. Falls ich irgendwie nachher zurück will. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Nö. Hier kann ich sonst nirgendwo hin. Hab ich mich an deinem Level geirrt? Also muss ich dann doch zu Title Co... Stimmt. Bei Title Co's war so ein Bereich, wo ich nicht weiter konnte. Ja. So, dass ich jetzt das einfällt. So. Naja, whatever. Einfach Level benden. Hier war das. Jetzt fällt es mir wieder ein. Naja, whatever. Hier rein. Nö? Genau. Genau. Das hab ich gesucht. Dum, 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 dum. Und da... Hallo, werd ich verarscht? Ich werd verarscht. Wie fies ist das denn? Ah, Moment mal. Vielleicht erinnert sich ja was, wenn ich am Tag über... Ja. Weniger Wasser. Das heißt, ich muss zu dem Level tagsüber hin. Oder? Klappt's so? Nein, natürlich nicht. Hm. Hm. Wo war denn da das Level, wo ich denn hier hin konnte? Hä? Versteh ich jetzt nicht. Was ist doch nicht hier? Ja, da kann ich jetzt nicht hin. Okay, da komm ich jetzt nicht mehr hoch. Na? Da unten war nur die Truhe. Ja, bitte mal hoch. Da kommt man da hin. Hier hin? Obwohl, in der Wand... Da war was anderes. Ah, Shit, hätte ich da runterspringen sollen jetzt. Das war doof. Mach nochmal hoch. Ist einfach hier oben warten. Dum, 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 dum. So. Ich glaube, so wird's schnell aufgebraucht. So. Da wollte ich rein. Jawohl. Hier kann ich rein. So schnell, 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 schnell. Obwohl ich wieder runtergeschossen werde. Yo. Schlüssel. Grüner. Ganz weg runtergefallen. Hm. Ist nützlich? Ich probier's mal aus. Dum, 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 dum. Wollen wir uns mal aus. Mal sehen, wo ich lande. Ja. Geh noch in der Mütze vorbei. Hm. Da oben vielleicht. So. Einmal bitte. Einmal bitte. Ah. Das Wasser füllt mich auf. Natürlich. Einmal bitte. Danke. Was ist denn hier? Gar nichts. Okay. Dann hier hoch. Stomp me. Hm. Nichts. Nichts. Okay. Feuer geht über Sprungfeder. Das ist doof. Was war hier eigentlich drin? Ach ja. Der böse Raum. Der mich nicht weiterlässt. Ach. Nochmal bitte. Also ich hab den Schlüssel, aber ich find keine Tür dazu. Hm. Moment. Da oben vielleicht. Gut. Ich muss warten. Warten. Dass ich wieder normal werde. Und nicht runter. Okay. Was? Nur für so ne dumme Münze? Und hier kann man wirklich nicht weiter? Mann. Warum? Hier dumme Octopussis. Los. Mach das nicht hier kaputt. Ach. Toil. Jetzt hab ich den Schlüssel, aber ich weiß nicht, wohin damit. Hm. Geh, probier mal was aus. Okay, das war kacke. Sag mal, warum töd ich die alle, wenn ich die benutzen will? Was hast du denn wieder für Probleme? Muss mich in eine kacke verwandeln, oder was? Hoppala. Und zack. I don't understand. Warum ist hier nichts? Da weiß ich auch, dass nichts ist. Also nur diese Ranken. Da oben. Ne, da komme ich nur da hinten hin. Ach man. Das ist mir eine rote dumme Flamme. Lipp, bopp, bopp. So, was war hier nochmal? Ja, nur die Kacke. Da hinten würde ich gerne weiter, aber ich weiß nicht wie. Ach, dann lassen wir es einfach. Ich find den Weg nicht. Und wie ein Idiot hier rumzulaufen, bringt auch nichts. Gehen wir mal da hinten zu dem einen Cave of Flames. Vielleicht schaffe ich das ja noch in dem Video. So, hier. Ach stimmt, ich kann doch nicht auf Gegner springen und dadurch höher springen. Da kann ich auch nicht lang. Dann auch nicht. Was praktisch in der Nacht zu sein hier. Dann schlafen die alle. Naja, bla, weg. Da ist der Schlüssel. Da muss ich mich von irgendwo rollen. Von weiter hinten. Da muss ich jetzt Feuer. So, wir sind von hier oben dann wahrscheinlich. Hoppala. Ah. Okay, das mit dem Feuer hat sich eben erledigt. Dö, dö, dö. Oh, komm, schaff, 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 schaff. Das schaffst du, Vario. Jawohl. Komplett durchgebrannt. So, komm her. Wo ist das? Naja, ich will es nicht wissen. Nehmen wir es einfach mal hier und... Hoppala. Schon mal, ich habe vergessen, dass ich springen muss. Und... Zapp, 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 zapp. Okay, und hier hoch. So, ich tippe mal, der Schatz wird dann irgendwo da oben sein. An dem Moment hier runter und hier. Ja. Das war doof. Wario. Mario. Wario. Wuh. Locario. Okay, hier ist nichts. Dann noch höher. Da ist eine Bombe. Da ist... Ich weiß nicht, ob das auch sein soll. Da geht es auch nicht. Hä? Ah. Da. 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 Ta-da. Und? Was haben wir drin? Einen Stab. Yes. Jetzt habe ich einen Stab. Was macht der Stab? Oh, der sieht aber geil aus. Das ist Free Force dran nebenbei. Hm? Ah, ich glaube, der macht die See wieder sauber. Weil das sind alles so Levels, wo dieses Wasser so schwarz war. Ja, okay, aber das sehen wir uns dann für morgen auf. Das war's dann wieder mal für heute. Wir sehen uns dann morgen. Ja. Bis dann. Ciao.